So, und da bin ich auch schon wieder im Walsaal. Oh, ein dicker Fisch hier. Wir schlagen uns natürlich erstmal den Magen voll hier. Oh, Wackelpudding! Oh. Ganz unauffällig. Ich muss den Preis haben. Wenn ich doch nur nach oben käme, es muss doch Spuren geben. Was? Achso. Optional, schleiche nach oben und durchsuche die drei Schlafgemächer nach Hinweisen. Da geht's schon mal nicht nach oben. Was darf ich Ihnen bringen? Ach, nichts. Boah. Ich bin Mozart. So, was haben wir dahinter? Ganz unauffällig durch ein Schlüsselloch gucken hier. Ich muss nach oben. Was mache ich denn? Ich mache doch gar nichts. Was hat die denn? Sie? Ein Gentleman? Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so ehrenhaft wie nötig bin. Ramsey? Ich bat Sie doch davon nicht zu sprechen. Ich könnte Ihnen ein vorzügliches Angebot machen. Geil, wie man hier viel Geld klauen kann, aber ich will nicht. So. Lady Boyle. Sie waren auf meiner Feier. Sie hatten noch nicht das Vergnügen. Nein. Aber ich habe dir gerade dein Geld geklaut. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht ein eigenes Kommando bekommst? Die Chancen stehen gut. Gästeliste. Die lese ich jetzt nicht alle vor, die Namen. Oh, ins Gästebuch eintragen. Dann wissen die, dass ich hier war. Mach ich mal. Geil. Okay, ich bin mal gespannt, inwiefern das irgendwelche Auswirkungen hat. Geil. So, wen haben wir hier einen Gast? Wachoffizier? Äh. Jetzt schon. Ey. Wie sollten das als eine Gelegenheit sehen? Wozu? Ein Händler zu werden? Der Stadtwache beizutreten? Ihr Haus hat im Krisen... Gäste. Gäste. Ich bin nicht zum Reden hier. Okay. Aber ich bin nicht der, der werden muss. Meine Häuser sind vorgegangen. Wachoffizier. Was haben wir hier? Der will nicht reden. Doch, vielleicht auch. Ich weiß, ob wir heute hier seid. Wir müssen reden. Privat. Okay. Dann reden wir. Lord Brisby. Reicht das? Ich bin ein Freund von Pendleton und habe für eure Sache schon einiges getan. Ah. Ich kenne ihr heutiges Ziel. Es ist, wie soll ich sagen, die Frau, die ich liebe. Sollten Sie sie unversehrt zu mir bringen, werden Sie nie wieder von ihr hören. Das schwöre ich. Unter der Küche befindet sich ein Keller. Dort warte ich auf Sie. Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist besser, als Sie tot zu sehen. Ha. Ihr Name ist Waiver. Ich werde ihr nichts antun. Ehrenwort. Ich habe meine Prinzipien. Bringt Sie einfach zum Keller und ich werde auf Sie aufpassen. Für immer. Klingt ein bisschen krank, aber gut, muss er wissen. Schauen wir mal. Vielleicht können wir uns ja mit der unterhalten und dann entscheide ich, ob ich sie leben lasse oder einfach nur sie kille. Ne? Am Arsch. Na, Kumpel? Ja, und ich habe dein Geld. Alter, der hatte ja wenig dabei. Bisschen arm, was? Noch ein Gast, noch ein Gast. Schwarz, okay, die in schwarz. Achso, okay. Alles klar. Also, mein Ziel ist es... Hä? ist es jetzt, nach oben zu kommen. Doch die Wache ist ein Spielverderber. Willkommen im Haus, Boy. Nicht so ernst. Nicht so ernst. So, dann suchen wir uns mal einen abgeschiedenen Weg nach oben. Die meisten Leute vergessen. Die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor dem Tod der Karten. Entschuldigen Sie uns. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Geil. Ja, natürlich. Ein Wein. Wie geil ist das denn? Na? Kein Zutritt für Gäste. Was hier unten? Ist ja gut, Entschuldigung. Du da, weitergehen. Ist ja gut. Bleib ruhig. Scheiße, okay. Dann muss ich mal sehen. Ich muss mich hier erstmal zurechtfinden. Ich finde das hier gerade noch etwas unübersichtlich und verwirrend. Juhu! Jetzt kommt gleich einer an. Hier wird nicht gerannt. Ich dachte, sie würden sich nur für ihre eigene Familie interessieren. Ich glaube, sie hat schon lange keine Familie mehr. Was hat das denn bedeutend? Schlüssel zum Wahlölschrank erforderlich. Vermutlich sexuelle Gefälligkeiten oder noch Schlimmeres. Ich höre sie nicht. Stimmt es, dass Abtrünnige seit Beginn der Seuche mehr Knochenartefakte gestohlen haben? Emma, dafür könnte sie der Orden einkassieren. Kein Reicher geht gegen seinen Willen. Hm. Scheiße, so komme ich da nicht rein mit der Ratte. Ich dachte zuerst durch die Mithilfe der Ratte irgendwie, aber das klappt wohl nicht. Gut. Hier gibt es auch eine Tür zum Hof. Alter, das ist hier so unübersichtlich. Meine Fresse noch mal. Ich sage nichts gegen den Lord Regenten. Der Einzige, der die Stadt zusammenhält. Er wird uns zu neuer Blüte führen. Manche jedenfalls. Die Burg entschuldigen sich. Sofort aufhören. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Die Chancen stehen gut. Tja. So komme ich nach oben. Wer hat das? Nice. Ein Mana-Elexier. Meins. Was ist das? Schalter? Benutzen? Nee. Jetzt noch nicht. Besaufen wir uns hier ein bisschen. Emma Boyles Tagebuch. Endlich. Heute Nacht. Heute Nacht. Heute Nacht. Die Feier wird so rauschend werden. Ich werde mit dem ersten Mann schlafen, der mich darum bittet. Und danach mit dem zweiten. Ich habe diese dunklen, schrecklichen Zeiten satt. Jeder Tag ist so trüb wie der vorige. Nun, nicht heute Nacht. Die heutige Nacht ist für die Lebenden. Erstmal. Alter, wie sieht denn der Spiegel aus? So, kann man denn hier rein zufällig irgendwie herausfinden, was sie anhat? Wohl nicht. Na, vielleicht hat sie auch einfach nur das nuttigste Outfit an. Ja, das ist nice. Na? Kommt er hier rein, ist er tot. Er bleibt davor stehen, okay. Stumpf. Alles klar, was haben wir hier? Die Insel Zerkonos. Auszug aus einem Band über die Geografie und Kultur Zerkonos. Zerkonos, das Juwel des Südens, ist für sein warmes Wetter, seine würzigen Speisen und seine endlosen Strände bekannt. Während die meisten Besucher der anderen Inseln die Stadt Kulero besuchen, ist Kanaka am Südrand der Zivilisation der Elite des Kaiserreiches vorbehalten. Es heißt, dass ein Monat Ruhe und der Holung unter der Sonne an den Stränden von Zerkonos oder in einer der ländlichen Städte die meisten Krankheiten heilen kann. Reisende bringen Rezepte und Mode aus dem Süden mit nach Hause. Die Tänze, die alle Zerkonier in ihrer Jugend lernen, sind in Christol wegen ihrer Sinnlichkeit beliebt und werden von den Edelleuten in der Hauptstadt Dunwolds nachgemacht. Die einzige Problemzone von Zerkonos ist eine kleine Inselgruppe im Osten der Hauptinsel. Seit Generationen verstecken sich Piraten in diesem Archipel und überfallen ehrbare Händler, die zwischen den Inseln verkehren. Oder greifen die in jüngerer Geschichte Walfänger an, die mit großen Ölvorräten beladen sind. Die Fortpflanzung der Flusskriecher Ein Auszug aus einer Naturkundeschrift von Piero Joplin Seltsamerweise besitzt ein Flusskriecher sowohl männliche als auch weibliche anatomische Merkmale. Was wäre, wenn das auch auf unsere eigene Spezies zutriffe? Würden wir die Partnersuche und den Tanz abschaffen? Man stelle sich die gesteigerte Effizienz vor, weil wir uns alle auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren würden. Die Naturphilosophie versteht sich. Aber sicher auch Industrie und Gesetz. Und wenn ergraute Mitglieder der Gesellschaft durch strebsame jüngere Mitglieder ersetzt werden müssten, könnte man einfach selbst den gewünschten Nachwuchs erzeugen. Doch zurück zum Thema. Während sich jeder Flusskriecher selbst befruchten kann, sollte darauf hingewiesen werden, dass Fortpflanzung auch regelmäßig zwischen mehreren Flusskriechern stattfindet. Dies geschieht, wenn sie dicht gedrängt in Kolonien zusammenleben, etwa in der Nähe eines fölzernen Anlegers. In diesen Fällen schüttet eine dieser Molusken ihre Flüssigkeiten aus, die dann von einem anderen Mitglied der Kolonie aufgefangen werden, was zu einer Vermischung der Stammbäume führt. So, nochmal Nachtsicht hier an, um ein Bildklauen. Die guckt ja freundlich hier. Meins. Oh fuck, die sind schnell. Guck mal, ich lasse sie sogar am Leben hier. Schlüssel zu den Wahlölschränken. Alter, wer hat jetzt Alarm hier ausgelöst? Das finde ich ja eine Frechheit. Kleiderschrank öffnen. Kleiderschrank schließen. Scheiße, das habe ich natürlich nicht mitbekommen, dass da mehrere stehen. Ich dachte, der wäre da alleine in der Ecke.